In dem Video werden wir sehen, wie das Problem gelöst werden kann, dass der Pfeil von Google Maps nicht nach oben zeigt. Sobald die Route begonnen hat, müssen wir im folgenden Abschnitt auf die Stelle klicken, an der wir die Minuten bis zum Eintreffen sehen. Konfiguration. Wir werden sehen, dass wir die Option aktiviert haben, um im Norden zu bleiben. Wir müssen es deaktivieren. Wenn wir zurückgehen, werden wir prüfen, ob die Karte gut aussieht. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen, wenn Sie es mit Ihren Freunden teilen und unseren Kanal abonnieren.